Weil du erst hochfliegst und dann runter musst. Dann trifft du einfach nichts mehr. Ist dieser X-Kerl in der Luft? Boller dir wahrscheinlich gleich wieder in mein Heli rein. Ich versuche jetzt so... Alter, warum kann man in den so behindert einsteigen? Ach, zieh ab. Jetzt hier hin. Ah, bleib doch da. Ha, ha, erst hinter mir eingeschlagen. Okay. Wo ist ein Fahrzeug? Da ist ein Fahrzeug. Hallo. Das ist meine Ste... Wie nice. Weißt du, ich lande so mit dem Heli, ich steig aus, der rutscht und weiter überfährt einen. Ich krieg einen Roadkill. Das war der randomste Move.